Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play. Mein Name ist Yannick Gaming auf dem Kanal. Hobby Let's Plays. Hobby Let's Plays. Ähm yeah. Ich habe aus Versehen den Start verkackt. Tut mir leid. Ich bin hinter dir. Hey. Gib mir mal wie viel Eisen hast du. Zwei. SDG. Uh da hast du's. Schwerter. Hä? Ui bin totgesprungen. Yeah. Ich brauch nur noch ein einziges scheiß Eisen. Alter. Ja ne. Hä? Auch mal ohne Ausrasten. Die ist in der Mitte. Hi. Echt jetzt? Guck mal. Ja klar. Die spielt doch ernsthaft. Ach. Ich mobbe dich gleich noch. Weee. Okay. Ich fahre dich auch mal ernsthaft an. Ich mag die Map irgendwie nicht. Ich auch nicht. Ah. Bin in den Tod gesprungen. Ach ja. So machen die Runden am meisten Spaß. Einfach nur Scheiße bauen. Weee. Wir hätten dir doch schon gar keinen Bock mehr, weil wir in dort nur nie... also weil ich in dort nur nie tot springe. Na, hab ich willkommen? Ja klar. Ich bringe... ich laufe in dort nicht so hin und dann springe ich runter. Oh, ich will auch Erfolg haben. Ich bekomme kein Erfolg. Was für Erfolg? Was für Erfolg? Taking inventory. Zocken. Wart. Ich sag dir bei der Map. Du kriegst nur... Die Map ist sowas von geil. Und ich bin schon in der Mitte. Ja, die auch. Die war schon in der Mitte. Ja, die auch. Die war schon in der Mitte. Schon lang... hier vor dir. Der irgendwie 10 Millionen Bögen oder so. Wieso bist du so schnell in der Mitte gewesen? Ja, weil du keine... weil du dich als in den Tod stürzt. Junge, warum nimmst du alles aus Gold? Lass es mal. Hä? Nö. Warum ist es bald hier oben kein Gold? Alter, was ist das für ein Scheiß? Ich komm mal der Bett ab, ne? Ja, mach das. Hier, ne, ich war der Ball, der hier auf dem Weg liegt. Also nicht bei uns auf dem Weg, aber auch irgendein Weg auch hier liegt. Wow. Siehle, kann noch ernsthaft spielen. Hey. Nicht schlagen. M-m. 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 Junge, die hat das beste Schwert. Mann, ich will Gold. Ja. Ich hab vier Gold. Äh, zwei Gold. Wir machen nichts. Ich baue der Bett nicht ab. Hä? Ich baue hier Bett nicht ab. Ach so hast du das Gold irgendwo hingelegt. Ja, ich hab auch hingelegt. Wiiiiiiii. die hast du Sachen finden ich bin auch so fahren weiter der Autofahrer ich kann kein erster mehr schreiben ich weiß nicht warum man nicht werden Kassel mit dem Endeffekt haben ob sie es kreiert hat so oder so Oh, warte... Ne, nur mit Etz. Hä? Ach, das ist Gold. Und gar kein Silber. Mit 6 Silber kann man sich erst das Schwert kaufen. Oh, sie hat kein... Die Urspiel-Geltern. Kein Ding, sinds. Jo, ich brauche nur 5. Boa, ich brauche nur 5 Gold, Alter. 5. Alles gut. Na, ich bin echt oben, Alter. Was sind das hier für komische Preise? Das ist echt so, was sind das hier für komische Preise? Ich... Ich hab 6 Eisen. Ha, geil. Ui! Ja, ich mein 6. Ui! 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 Die Boge schießen! Noi! Unsere Mineralien fliegen ist einfach weg! Hä? Unsere Mineralien fallen einfach ins Nichts rein. Was heißt das Mama? Die er das unsere Sache hält mir, als nichts reinfallen, weil ich das weggebaut habe. Also nicht unsere Sachen aber ich bin dankbar, bei dieses komischen Mädchen und da... Betin einfach mal so... Ich greif sie nicht an, sie greift mich nicht an. So. Halt die Fresse jetzt, Alter. Du Spacken. Mein kleiner scheiß Bruder. Wui! Nicht töten. Lass das Bett am Leben, bitte. Lass das Bett am Leben. Warum? Mach es, dies lieb, dies lieb, dies lieb. Dies lieb. Die machen nichts. Junge, hast du ja gesehen, wie die nicht macht. Junge, die Fäckerin. Alter. Ich dachte, die macht nichts, zu mir hat sie auch nichts gemacht. Warte. Bist du dumm? Schreib mal, wir skypen gerade, dass ich und du skypen. Warum, du musst gehen, ja, ich auch. Au, was ein Doreingesprung. Da, von mir. Boah, was geht die? Ich wünschte, ich könnte die Bunnen, ey. Dummer kann man echt nicht mehr sein als die. Okay, sorry, ich dachte, du tötest mich. Hat dich doch entschuldigt. Nein, hast du skype. Ja. Alter, jetzt. Was schreibt sie? Sieht ja, ich schliebe so schade, das ist schade, ja, da ist schade, also, ob sie sind. Dann frag mal, ob sie der es hat. Fragt du, ich kann nicht in euch schreiben, weil meine Tastatur umspinnt. Mann, Alter, jetzt muss ich mir wieder bestes Zeug holen. Jo, ich hab 25 Eisen, weil du dir das Zeug nicht holst. Na, ich bin aber eh undau'nd. Es ist nett, was hat sie geschrieben, es ist nett, dass du mich nicht tötest. Schreib, ja, okay, ach so, ja. Wenn jetzt kommt so ein dickes Fett, ist nicht du? Wenn nicht. Ey, do not shoot on me. Ich kann nicht mal kill, ne? Stimmt, ja. Kannst du mir mal zwei Gold geben? Hm, hm, ich baue sie selber. Ja. Jetzt war wieder schon ein Bogen, aber ich hab noch ein Bogen, und dann kommt jetzt ein Bogen. Oh. Weil you not ever become ou. Ich hab beste Bogen, Alter. 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 Man braucht einfach 8 Silber für den ersten Bogen. Ey, genau, die... ja nicht gewusst ich habe der Schwung genommen also nicht gut wie man an die Nerven also wieder ausgemacht du spielst auch hier auf die Zellstattung spielst das auf die Zellersplatte ja weil sie hatte sich das Spiel interessiert mich aber auch nur zwei Gold zwei Gold, zwei Gold, zwei Gold ich hab zwei Gold will ich nicht will ich nicht haben von dir keine Ahnung, darf ich will die gerne haben eigentlich schon so ein bisschen ja bis ich schon genommen um mehr was zu kaufen ich springe einfach in den Baum rum, warte mit dem Neu-Goldspunkt oh, hier liegt ein Fall, hallo Pfeil man, ich hab irgendwie voll Bock auf Pfeilschießen oder sowas ich finde nett Alter, wie lange braucht denn das Gold um zu sporen? ich lade seit gefüllten zehn Stunden um das Gold rum spawnt das Gold überhaupt? ich hab doch gefühlt, dass er was ein bisschen verbuggt oh, halt zwei Gold, ja genau das was ich wollte sind das wir oder sind das die, das sind wir ich mag aber nicht zu uns, wir sind böse hast du TS? hoffentlich hat sie TS, das wär richtig cool dann können wir über TeamSpeak einfach an der Ahnung reden hoffentlich hat sie jetzt kommt, was ist denn was? hat sie geschrieben? nein, vielleicht kommt das ja hey, wo ist eigentlich das Bett? machbar das Bett denn nicht ab, ok nö, ich baue das Bett nur zu ich hab zu gut nein, das ist nett natürlich, da oben steht's doch nein, steht's nett äh, die ist dumm da ist kein Bett drin hä, ist die echt zu dumm? ja, da ist kein Bett drin oh, klar doch, die eine Block ist der Riesbombloch, die rote hä? welcher rote? der rote der blaue, die nur nein, das Bett ist es hast du ein Bett? hier oben ist ein Bett hä, ich dachte auch immer, das Labelslass, aber wär das komische Ding da hä? boah, so bitte, ich hab das Bett, ok ok ok, das Bett ist das nicht der rote Block ist zerstört worden hey, das ist unserer ja egal, wir töten die ab jetzt warte, dann mach ich ihr Bett kaputt das Bett kannst du nicht kaputt machen nein das ist die Scheiße ja ich töne die jetzt, oder? ja, mach ruhig hä, ach, haben wir die Block von dir zerstört gehabt? ja, und sie hat jetzt den von uns zerstört gehabt ich bin fast gestorben weil ich einfach aus nichts gesprungen aber zum Glück gibt's hier was sagen ja man, ich hab hier runter geschossen jetzt ist hier aber tot, oder? ja, die lebt noch ich weiß wo ist sie denn? warte ich wollte mich schnell hochziehen ja, sie rennt sie runter ja nicht kill, nicht kill, nicht kill, nicht kill! oh man du wolltest kill, ne? ja ja richtig geil ich muss ja leider aufhören ja tschüss tschau und das war's mit der heutigen Aufnahme von Minecraft Bad Wars, yeah! und juhu bis zum nächsten Mal ich mach gleich noch ein Video über meinen Server was geht ab, Digga? bumm, tschau